Im Metallwerk in Musbach wird es am Wochenende Young, Sexy, Pfälzisch. Zu verantworten hat das Florian Hahn. Was heißt das denn überhaupt? Genau, wir haben die Veranstaltung ins Leben gerufen, weil wir junge Winzer, quasi das Young, mit ins Boot holen wollten, die jetzt gerade frisch angefangen haben oder in älterlichen Betriebe genommen haben. Wie viele Winzer werden denn da sein? Wir haben jeden Abend zwölf Jungwinzer, die hier auf der Seite ihre Weine präsentieren. Jeweils fünf bis sechs Weine pro Winzer. Ich denke, dass da richtig was Gutes dabei sein wird. Zwölf Winzer, also so groß ist der Raum hier gar nicht. Dann wird es ein bisschen mugglig, oder? Ja, das wollen wir ja. Wir wollen so ein bisschen eine Disco-Atmosphäre hier schaffen. Und da darf es ja ruhig eng sein, dass man ein bisschen in Kontakt kommt. Nach Disco sieht das hier auch schon aus. Tickets gibt es ab 12 Euro mit Livebands und DJs Am Samstag und Sonntag können sie ab 18 Uhr bei einem Gläschen Wein die Tanzfläche stürmen. Natürlich wollen wir aber ein junges, weininteressiertes Publikum hier ansprechen und denen zeigen, dass es richtig, richtig gute Weine hier in der Pfalz gibt. 24 Winzer werden am Wochenende hier sein. Unter anderem Fritz und Ulli, ja, so heißt auch euer Wein. Warum macht ihr dann überhaupt mit? Wir haben als Winzer die Möglichkeit, direktes Feedback von Leuten zu bekommen, die unseren Wein probieren. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir mitmachen. Sind die dann auch so ehrlich, wenn sie euren Wein hier probieren? Also wir gehen stark davon aus, vor allem, weil die Pfälzer wirklich ein sehr ehrliches Pföllchen sind. Im idyllischen Leimen bei Heidelberg treffe ich vor dem Portland Forum Sandra Schäfer. Konfetti bedeutet, dass hier eine bunte Truppe an Ausstellern ist. Verschiedene Größen, verschiedene Waren, aber auf alle Fälle positiv und gut gelaunt. Zahlreiche Aussteller werden über zwei Etagen ihre Produkte zum Besten geben. Für die Frauen ganz klar klassisch die Accessoires. Und für die Männer haben wir zum Beispiel einen Aussteller, der hat einen Gin im Selbstbaukasten. Oder eine Ausstellerin, die hat Zigarrenboxen zu Gitarren umfunktioniert. Und es ist doch perfekt, das finden sie sonst nirgends. Flanieren und shoppen können sie ab vier Euro am Samstag und Sonntag in Leimen. Auch Mannheim hat wieder einiges zu bieten und zwar steht hier die lange Nacht der Kunst und Genüsse bevor. 300 verschiedene Geschäfte, Cafés oder Bars nehmen daran teil, aber eben auch Praxen. Wie die Ergotherapie am Eck von Christina Berge. Früher wurde die Veranstaltung nur in Sandhofen gefeiert. Also ich glaube, ursprünglich war das mal eine Werbeveranstaltung, ist es glaube ich auch noch. Und das verbindet sich dann eben mit Spaß und Genuss. Und findet hier auch Spaß statt? Ja. Was passiert denn hier? Wir haben in aller Regel Spaß. Wir trinken Sekt, beantworten viele Fragen, treffen viele Freunde. Was bieten Sie denn den Besuchern an am Wochenende? Also wir bieten eine Kunstausstellung an mit Tonskulpturen, sehr schöne Sachen. Und wir bieten einen Barfußpfad an. Was hat das mit Genuss zu tun und mit Kunst? Also ich würde jetzt mal sagen, Genuss und Sinnlichkeit haben immer einen direkten Zusammenhang. Ja, also fühlen mit allen Sinnen. Fühlen ist was Sinnliches und was Genüssliches, finde ich. Mit Kunst hat der Barfußpfad gar nichts zu tun, aber eben die Kunstausstellung. In allen 14 Mannheimer Stadtteilen werden Sie am 5. November zu unterschiedlichen Happenings eingeladen. Die Praxis Ergotherapie am Eck in der Schwetzinger Stadt lädt Sie zum Barfußpfad ein. Die Jungwinzer freuen sich auf ihr Feedback zum Wein in Musbach. Und auf dem Konfetti Handmade und Designmarkt können Sie freudig shoppen.